aber ich finde gta ist eigentlich das wirklich was für ein teil geht ja ich habe darauf gar nicht erst geantwortet ich denke was soll die pisse alter der heute ja und gta hat zum beispiel sachen die es woanders nicht gibt wie zum beispiel autos die mit lichtgeschwindigkeit reisen nur um dich vor moped zu reißen